Ich gehe ein Skelett zu oder? Ja mach das. Ich habe mich gerade gewundert warum das Feuer steht, aber ich habe ja sämtliche Animationen ausgemacht. Naja, was tut man nicht für stabile Frames? Das Problem ist, ich habe in der 1.8 habe ich selbst mit Shader 40 fps stabil, also mehr sogar, aber die 1.6er hier frisst wie blöd. Ich habe im 1.8er Modpack habe ich drin Shader und ein 128-Bit Texture Pack. Thomas frisst auch wie blöde. Achso. Ne, ihr frisst intelligent. Jedenfalls habe ich da stabile 60 fps. Hölle, ist jetzt hier explosiert? Ihr scheiß Feuerflattermeister, verblößt euch. Ich schreie so süße, sie sterben. Ich möchte gerne ein Exportbüschchen. Mach mir mal ein, bitte danke, sehr freundlich. Okay, dann lassen wir mal die Lohn spawnen. Mein Zeit. Oh, der kommt überraschend. Du könntest mal gucken, warum da die Mob-Essenz aktuell nicht abgepumpt wird, Chris. Ich kann nicht gucken, aber vielleicht haben wir einfach bloß keinen Platz mehr? Doch, müsste eigentlich noch auf der Platte mehr als genügend da sein. Ne, nicht wirklich. Es sind 15.000 von 16.000. Ah, gut, dann bastle ich mal eine neue Platte. Ne, also wir haben 3 Kilo Bucket... 3 Kilo Bucket Sewage. Ja, ja, deswegen. Ja, gut, das... Momentan hält sich das wahrscheinlich gerade die Waage. Ja. Weil die Platte ist wahrscheinlich orange gewesen. Und wir haben das gar nicht mitgekriegt. Und du hast jetzt angefangen, den Sewage abzupumpen, ne? Naja, der wird jetzt abgepumpt, richtig. Hätten wir den... Ich habe ja noch einen Nederquartstast gefunden. M-E-64-K-Storage. Ah, hier ist die Festung. M-E-42-Storage. Mh, não, eine Festung hat er ja auch schon gefunden. Blaze hatst du, ne? Mh, meineть sind wir gerade für mich wie die Wa 이야기를 zu sehen. Kannst die Kinnlein, Blaze habe ich. Wir sehen uns gleich wieder! Die Natur ruft! Puh! Lass rufen! Oder laufen! Oder los! BleComm! scales plenty mostly. Das ist ganz ganz genau drin. Von der Puddlegun? ja das könnte von mir gewesen sein da hast du dich gefunden die sind überall die fiecher hier gerade gerade das problem ist es von meinen alten portalgang ich wusste nicht ob es noch aktiv ist verzeihung leute als schwarzer ab in dafür brauchen nämlich jetzt die viele mappes sind wenn du nämlich Prozent im Autospauner einstellt heißt die bestellten denen ja die heißen in dem Ball heißen die dann nur skeleton das ist ja wirklich das Problem deswegen lege ich die auch wenn ich mir sowas fange dann extra also zwar in die Kiste mit rein aber halt ja scheiß mal wir brauchen ja keine normalen Skeletten in der Kiste nö das stimmt so der Fertilizer Fertisiliat auch kugniert also auch so machen wir den Kram jetzt hier wieder zu Auto Enchanter Auto Enchanter Auto Enchanter Auto Enchanter weil bei dem Enchanter kannst du nämlich auf Level 1 Bücher verzaubern bei dem Auto Enchanter und der läuft mit Mob Essenz Mh Mh Jo Ah lol gleich alle alle Teile sogar dafür da Mh Mh Wieso fähl ich den mal hin? Ich stell den mal mit unten in unseren Technikkeller Jo Wieso genau fehlt mir jetzt Erdöl? Mh Mh machen wir mal eben den Eimer leeren Mh Mh Sag mal wir brauchen hier unten echt mal ein ME-Interface Mh 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 Weil so viel Kram? Ja Mh 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 Trostburg bleiben so nun zurück aus der Natur und zurückkommt wenn der WB nun zu halten nur ein Ländenschutz ein Messer mit Kost ja der Ländenschutz war zu kurz Eure Gehirn hat da nichts Nein, 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 da rattert nix Hey, hey, hey Ich bin so ehrlich Präzision Export Bus Dann können wir mal Mokus füttern Mist Basic, Basic Präzision, äh, da ist er doch Mal müssen wir ein Rezept dafür haben Ja, 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 alles gut Alles gut, alles gut, alles gut Na, dann bin ich beruhigt Hab schon, hab schon, hab schon Zoom Ähm Hm? Bitte? Item dukt? Full of it dukt, item dukt Äh, und, 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 und Ich komm nicht drauf Na, Strom Ähm Conduit? Conduit, genau Dankeschön 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 Bei der Auto-Inchander braucht ja auch noch Ström Ström Strömsen Wie sie, wie sie es alle brauchen Die Ja So, sag ich die So, wo ist denn der Herr von und zu gedüns? Ich? Ja Ah, da unten Die unten ist er Äh Ah Ja Falsche Kabel Falsche Kabel Falsche Kabel Falsche Kabel So, jetzt richtige Kabel Warum tun? Und die item dukt sie hier Äh, hast du grad mal einen Schaumschlüssel? Ja Das wär super Dankeschön Dankeschön Ähm Musst du nur Bücher reinhauen, wa? Das auch, ich brauch aber erstmal ein Eimer Äh, Eimer Mit Mürb-Ensenz Ähm Und ich weiß nicht, ob du eventuell aus dem Item-Duck noch ein Signal drauf geben musst Ein Redzone-Signal, dass der da draus zieht Wieso, hast du in den anderen überall die Dings drin, oder was? Wo? Äh Nö, 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 nö Die, ähm Die kriegen ja automatisch quasi das Redzone-Signal vom Ofen jeweils Wenn die da was rausfeuern Aber die, ähm Mindfactory-Sachen, ähm Weiß ich nicht, ob du das so rausgezogen kriegst Ähm, müssen wir schauen Ansonsten musst du mit nem Hopper drunter arbeiten, das geht auf jeden Fall So, wir haben jetzt einmal ein Pokert mit Mob-E-Sens Mob-E-Sens? Ja, ja, ja Mob-E Riss ich nur ein bisschen Cobalt in die Geste, also ins ME-System Hast du auch Audite? Nein, das hab ich nicht gefunden, weil ich nicht weiß, wie es aussieht Äh, es ist Geuten Ich hab mir alles angeguckt, was unterwegs war, aber das hab ich nicht gefunden Ähm, ich könnt ja mal Da kann ich aber nochmal reinhuschen Bei Crafting-Rezepte noch eben fertig machen für Bücher, wenn du magst Ähm, kannst du mir ein Servo machen, bitte? Ne, Bücher brauch ich nicht Wir brauchen nicht so viele entscheidete Bücher Sag mal hier drauf, Power 1, lol Bis zum nächsten Mal.